Hallo, mein Name ist Marc und ich bin Neuespar-Lehrlingsredakteur und wir sind heute bei Sticker Manion Tour beim Eurospar Centergasse. Und was gibt es da? Ein cooles Game, ein Sticker Manion-Foto und eine kleine Überraschung. Sticker Manion Tour gibt es noch bis zum 16. Jänner in ausgewählten Märkten und Sticker Manion gibt es noch bis zum 10. Februar, aber nur, solange der Vorrat reicht.